Unserem Arminius muss wohl irgendwann der Kragen geplatzt sein. Das ist genauso, wenn innerhalb eines Jahres zwei Millionen Araber und Schwarze nach Deutschland kommen und von uns frech verlangten, dass wir sie bis zu ihrem Lebensende auf hohem Komfort durchfüttern sollten. Ja, da würden die Deutschen doch auch durchdrehen. Oder irre ich mich da? Tja, so war das mit der Varusschlacht im Teutoburger Wald. Und so ist es, wenn man es mit der Zuwanderung bzw. mit der Invasion übertreibt. Irgendwann kriegt man gezeigt, wo der Hammer hängt.